Mein Name ist CyberAndi, ich begrüße euch auf meinem IT-Videoblog. Ich bin IT-Sicherheitsbeauftragter mit 30-jähriger Berufserfahrung und habe schon IT-Projekte durchgeführt und geplant für bis zu 500 Clients. Eine Ausbildung als Telekommunikationselektroniker habe ich zuvor gemacht und dort über 10 Jahre gearbeitet. Als Jugendlicher habe ich einen eigenen Computer entwickelt, gelötet und programmiert in Maschinenstrache. Meine Hobbys sind Datenschutz, IT-Sicherheit, Multimedia-Produktionen wie Fotografieren, Videoproduktionen, Schnitt und Animationen, sowie auch dann eben gerne Filme anschauen im Kino, mit Freunden treffen und über Politik, Gesellschaft und Glaube zu reden. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Anschauen meines Blogs.